Der Nullpunkt implodiert. Wir haben die Kontrolle verloren. Setzen Sie sich! Wenn ich das nicht aufhalte, wird die gesamte Existenz zerstören. Ich verfehle, von dort zu verschwinden! Ich tue jetzt, was wir schon von Anfang an hätten tun sollen. Ich gehe zu den Sieben. Wir haben einen Einabgeliebt-Lieferat-Kontrollen-Aktar! Nein! Das brauche ich doch! Ich ermischte dich! Habe dich! Sie arbeiten für uns. Gehen Sie nicht zu den Sieben, Jones? Jones? Hallo? Nein, ich mache einen geilen Anfang. Charlie! Das wird alles gut. Komm schon, komm schon! Ich wusste schon, warum ich direkt auf den Aufnahme drücke. Ich weiß, du hast keinen Grund, mir zu trauen, aber... Oh nein. Warte mal! Beruh dich! Beruh dich! Ach, war doch klar. Ich bring dich zu Genno. Und die Schwestern? Ich kann alle holen. Aber ich brauche deine Hilfe hierbei. Das ist der Deal. Vorerst. Oh, das ist sehr beruhigend. Also, renn an, Zwerg! Toll, ich habe es zu langsam gesehen. Was für ein Bild hat man gesehen? Damit kommen wir zurück. Lass mich das nicht bereuen. Macht ihn in der Schleife bereit. Wir haben nicht viel Zeit. In der Schleife? Du bist's? Egal. Also, dass man mein Bild wieder aufbeugelt. Eier. Was hast du mit dem Nullpunkt gemacht? Das weiß ich nicht. Es gab... So viele Fäden. Ich weiß nicht, ob ich das reparieren kann. Er geht nicht auf! Er sagt, er was von aufgeben. Bereithalten. Wenn der Nullpunkt erstmal aufblüht, gibt es kein Zurück mehr. Okay. Nicht gut. Oh, Mist, Portale! Gar nicht gut! Das sind keine... Die Realität bricht zusammen! Wir... sollten sie schließen, oder? Noll, das ist meine Gruppe öffentlich? Wenn ja, dann geht bitte raus! Kann ich auch mal was machen? Ich bin ein Schwetterling, also... Nein! Ich bin ein Schwetterling, also... Nein! Da musst du wohl ran. Du bist jetzt meine Augen und Ohren. Und Arme! Musst du das nicht mitnehmen? Du musst diese Portale für mich schließen. Schaffst du das? Ha, ha, natürlich schaffst du das. Jetzt geht das Schwert schon, geiler, gell? Von oben und unten arbeiten. Die Fähigkeit. Oh! Okay. Das ist gar nicht gut. aber wunderschön mit ob man geht es aber ich brauche mehr zeit ich sehe drei weitere portale sind aber sehr weit weg wir müssen irgendwie an den älgern vorbeikommen es ist geil gemacht die season skims schön eingepackt dass man immer was anderes haben wir jetzt echt wilde tiere auf der map wie krank ist das denn gut das ist 08 15 auch wenn es lauer kraft ist das ist für eine stadt das ist so viel Man will so viel sehen, ey! Was decken wir denn jetzt? Komm ab! So eine Realitätswelle wäre gerade echt hilfreich! Meier! Eine Lotusblüte. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. Ist aber eine Lotusblüte, oder? Sieht schon geil aus. Okay, der nächste Schritt ist sehr wichtig. Alles okay da oben? Das reicht nicht. Ich kann das nicht aufhalten. Aber ich könnte die Explosion einbinden. Er schließt sich ein. Du musst das nicht tun. Wir bleiben bis das hier erledigt ist. Wir brauchen unsere Hilfe. Ja. Ich war ja vorher schon gehypt, aber jetzt erst richtig. Also jetzt sage ich wirklich, das wird glaube ich eine geile Season. Okay. Okay. Ich denke mal, ich muss da hoch. Ich denke mal, ich muss da hoch. Ach nee. Was ist der denn? Ach, da. Jetzt? Okay. 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 Los. Also grafisch auf jeden Fall geil gemacht. Die besten wäre jetzt nicht auf Aufnahmen gedrückt. Alles verdrückt. Alles verdrückt. Das war's. Die Verbindung hier. Also ohne Quatsch, schreibt mal bitte eure Meinung rein. Auch wenn wahrscheinlich viele nicht da waren. sind es noch. Egal wie isoliert wir sind. In uns allen schnummert derselbe Urinstinkt, der uns antreibt, motiviert, uns weiter nach Abenteuern suchen lässt. Ah, das ist natürlich schon geil. Der gute alte Bogen. Nein. Oho. Uns Ängste überwinden lässt. Da werden manche Hops genommen ey. Um die Dunkelheit in uns zu kontrollieren. Müssen wir uns ständig antworten. Death Skin ist auch live. Noi, nein. Die Insel ist wild geworden. Bist du es auch. Uh. Prospekt. Die Season wird. Und was habe ich gesagt mit Nema? So Leute. Das war's erstmal. Danke dafür, dass hier schon mal jeder dabei war. Ich hab mir schon gedacht, nehm die Aufnahme auf. Ihr seht schon, Battle Pass ist auch schon da. Also. In dem Sinne, vielen Dank erstmal dafür. Also ich bin bis jetzt total geflasht. Also. So eine geile Season anfangen hat mir wirklich. Also in meinen Augen noch nie. Also auch geschichtlich und alles, alles geil gemacht. Besser als sich irgendein Video angucken und dann ist es zu Ende fertig. Also das hier war wirklich. Und ich glaube wir haben viel zu erwarten generell. Was die Season an sich betrifft. Und in dem Sinne. Wer noch kein Abo da gelassen hat, gern ein Abo da lassen. Wer noch kein Like da gelassen hat, gern ein Like da lassen. Creator Code. Wisst ihr ja wie das ganze funktioniert. Die Strahl zeigen euch ganz kurz. Einfach Yt-Family Hack. Wer da ein bisschen Support da lassen will, kann dies gerne tun. Und in dem Sinne. Sehen wir uns bei den nächsten Aufgaben, nächsten Informationen. Und haut rein.